Und Gast bei mir im Studio ist Dr. Frank Umbach, Sicherheits- und Osteuropa-Experte an der Universität hier in Bonn. Herzlich willkommen bei Phoenix. Ja, vielen Dank. Wir haben es ja mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen und Kundgebungen zu tun. Heute die von Wagenknecht und Schwarzer Aufstand für den Frieden und gestern die Veranstaltungen beim Bundespräsidenten abends beim Brandenburger Tor, wo im Prinzip alle im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD vertreten war, wo man eher den Schwerpunkt auf Unterstützung der Ukraine legte. Vielleicht können Sie das mal die unterschiedlichen Ansätze näher erläutern. Nun, wir haben im Laufe dieses Krieges und mit den Eskalationen, verständlicherweise sind die Sorgen um noch größere Eskalationen größer geworden, insbesondere mit Blick, dass Deutschland die anderen NATO-Staaten in diesen Konflikt hineingezogen werden könnten. Und daraus speist sich sozusagen die Ängste, aber eben auch der Wunsch, möglichst schnell natürlich eine Friedenslösung zu erreichen. Und ich glaube, das ist zunächst mal der Punkt, der alle einigt. Weil jeder möchte natürlich so schnell wie möglich diesen Konflikt zu Ende sehen. Aber die Frage ist eben, unter welchen Bedingungen? Wird das unter den Bedingungen eines Diktatfriedens sein, dass Russland diktiert, beispielsweise wie viele Gebiete annektiert werden, ob die ukrainische Regierung in Amt und Würden bleibt, etc. Und dahinter steht natürlich dann auch die Frage der weiteren Unterstützung des Westens. Und da befürchtet man, je länger dieser Konflikt eben dauert, dass diese Unterstützung schwächer wird. Und das ist genau aber das, womit Putin eigentlich rechnet. Also es gibt eine ganze Reihe von Reden seit dem Sommer letzten Jahres, wo er selber gesagt hat, ich erwarte, dass dieser Konflikt relativ lange dauert. Aber am Ende wird Russland den gewinnen, weil die Demokratien sind zu schwach, dass sie ihn nicht durchstehen. Also wir wollen gleich uns intensiver unterhalten über den Aufstand für den Frieden von Wagenknecht und Schwarzer. Aber weil der Vergleich ja so interessant ist, nochmal ein paar Worte zu diesen Veranstaltungen von gestern, die ja im Prinzip die Tendenz der deutschen Regierung wiedergegeben haben. Da wird ja immer wieder gesagt, Friedensverhandlungen sind jetzt nicht möglich, solange Putin und Russland noch Teile der Ukraine besetzt hält. Heißt das im Ergebnis nicht, dass auf Jahre hinaus vielleicht nie Friedensgespräche möglich sind? Also die entscheidende Frage ist ja nicht, ob wir jetzt Friedensverhandlungen beginnen oder nicht, sondern diese Frage muss die ukrainische Regierung und das Volk entscheiden. Und wir haben auch Umfragen, dass nicht nur eben die ukrainische Regierung, auch das Volk keinen Diktatfrieden möchte. Sie präferieren, wenn man so will, Freiheit über einen Diktatfrieden, der nur von Russland entsprechend diktiert wird. Und die Frage ist... Wenn ich da mal einen Haken darf. Klar, also wir können der Ukraine nicht vorschreiben, wie sie sich verhält. Aber wir der Westen setzen mit unseren Waffenlieferungen die Ukraine ja erst in der Lage zu glauben, sie könnten Russland zu besiegen. Und da greife ich jetzt mal die Argumente von Habermas aus. Wer Waffen liefert, hat auch Verantwortung dafür, was nachher mit den Waffen geschieht. Also sind wir halt doch part of the deal. Nein, es gibt ja auch nach der UN-Charta nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die selber entscheiden über ihr Schicksal, sondern wir sind auch insofern ja keine Kriegspartei, nur weil wir Waffen liefern. Also wir wären Kriegspartei, wenn wir mit eigenen Streitkräften der Ukraine helfen. Das wollen wir ja nicht. Das ist von Anfang an klargestellt worden, von Seiten der Bundesregierung und auch der anderen. Aber wir möchten eben auch der Ukraine helfen, dass sie ihr Schicksal wirklich selbst bestimmen kann. Und das kann sie eben nicht, wenn sie sich nicht wehren kann und sich nur abschlachten lässt. Und wir haben in Butscher ja gesehen, was es bedeutet, wenn beispielsweise nur ein Gebiet von russischen Streitkräften besetzt wird, wo furchterliche Massaker an den Zivilisten ja begangen worden sind. Und wir haben eine Verantwortung nicht nur für das, was wir tun, beispielsweise Waffenlieferungen und sonstige Hilfe, sondern wir haben ja auch eine Verantwortung in dem Fall für das, was wir nicht tun. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir in den Jugoslawienkriegen gemacht haben, als wir nichts getan haben und es dann zu diesen Völkerrechtsmorden gekommen ist.